Wir sind wieder in der Welt von Phasmophobia. Bei mir sind Gina Colada, NoBudgetNerd und der Schabernack und wir legen los mit der Geisterjagd in 3, 2, 1, ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Phasmophobia. Ja, alles bei mir ist, habe ich euch gerade schon gesagt und die sind, ja, fleißig auf Geisterjagd. Wen jagen wir denn? Roof Club jagen wir im fortgeschrittenen Level, dank Herrn Gorski, der schon mal fleißig weitergespielt hat nebenbei, der ist fasziniert von diesem Game. Ja, wir sollen den Geist entdecken. Mit einem Bewegungssensor sollen wir tatsächlich die Anwesenheit feststellen, das wir hier dabei haben. Heimsuchen verhindern durch ein Crucifix und einen Raum unter 10 Grad Celsius mit einem Thermometer finden, das ist ja genau mein Name. Zack, äh, möchte jemand mal ein Parabol-Mikrofon mitnehmen? Hm, nee, aber jemand muss den Bewegungssensor mitnehmen. Ja, das wäre gut, ich nehme mal einen mit. Äh, das hier wäre der Bewegungssensor. Ist das hier nicht einer? Also das sieht sie in der... Nee, das ist eine Kamera. Das ist eine Kamera? Oh, richtig. Ja, okay. Ich glaube, das ist Infrarot-Kamera. Nein, nein, das hier ist ein Infrarot-Kamera. Das hier ist ein Infrarot-Kamera, genau. Na gut, gehen wir hin. Ja, dann. So denn, auf geht's. Jetzt tut es. So, sab ich. Sehr gut. Ist aber auch egal, kann jeder benutzen. Ach so, alle drängen sich rein wie die Blüden. Schandale! Echt, ey. So, dann suchen wir mal die gute Luf. Äh, hat einer drauf geachtet, welche, äh... Alleine uns... Ob auf eine oder zwei Gruppen? Äh, auf eine Person oder Gruppe? Natürlich nicht. Beides. Okay, beides ist schon. Und ja, ich hab jetzt mal geguckt, ich war klug. Oh, du bist so kein Lukar. Unglaublich. Ja, manchmal. Obwohl ich blind bin. Das ist rot, halb. Das ist eine Garage. Gibt Schlimmeres. Das ist eine Garage? Nee. Die Garage hat mich das jetzt mal fähig gemacht. Wo? Da war ein Piep. Wo? Ich hab's gerade piepen hören. Ah. Wo? Das war in der Garage. Aber von wem's... Also, das war eigentlich mein Piepen. Hat jemand das Piepen? Ich hab hier einen Raum unter 9 Grad gefunden. Ich hab E-MF, ich hab E-MF auch stark in der Garage. Na super. Zweier. Also Garage. Das ist irgendwie immer die Garage. Warst du beim letzten Video auch schon die Garage? Nee, wir hatten die da oben. Ja, ich tapp's hier nochmal alles ab mit meinem WM-Sensor. Ich hab hier 12 Grad. Ja, äh, Küche 6,97. Okay. Die Küche ist es. Alles klar. 5,2. Ich suche gerade die Treppe da, also. Genau, ich mach das Geisterbuch hin. Haben wir hier noch eine Kamera? Hat irgendeiner eine Kamera mit? Okay, aber ich hole schnell. Hat den Bewegungssensor? Ja, mach mal bitte an die Wand. Zack. Hängt. Achso, ist auch scharf. Scharf gehabt. Ich hab den jetzt ziemlich in der Mitte. Äh, erste Aufgabe ist noch erledigt mit 10 Grad. Ja. Okay. Gut, ich hol mal neues I-Clip. So, Roof Clark hieß sie, ne? Ja. Ich würde das nicht machen, wenn ich gerade alleine drin bin. Roof Clark. Ich hab dich tatsächlich wieder aufgehört. Irrit. Roof Clark, bist du hier? Sag doch nicht immer den Namen direkt. Ist hier jemand? Hallo. Muss man das vielleicht irgendwie anschalten? Die sind auf der Suche. Zweite Aufgabe ist auch erledigt. Bewegungssensor. Okay. Oh, das ist hier. Dann war sie, ist hier in der Küche. Dann bauen wir jetzt noch den, äh, das Kruzifix. Ich hab eins in die Küche geschmissen. Oh, es scheinen auch Gefriertemperaturen zu sein bei euch jetzt gerade. Ja. Also Atem auch. Ja. Minus 6,3. Alles klar. Das ist Kruzifix-Licht vor dir auf dem Boden, ne? Wie hat die Box? Aber es scheint auch kein Geisterorb. Es muss auf jeden Fall gleich mal das Licht ausgemacht werden, damit wir mal feststellen können, was, ähm, auf den Geisterorb rumfliegt. Nein, es ist nicht so. Ist hier jemand. Also wir haben Gefriertemperaturen. Wenn ich ja geantwortet. Hat sie? Ja. Ich hab sie gefragt, ist hier jemand? Sie sagte ja. Geisterbox. Ja, die hab ich extra da auf den Boden geschmissen. Ja, ich hab sie aufgehoben. Ich war ganz leise. Geisterbox. Gefriertemperaturen. Fehlt noch eins. Gut. Jetzt bitte ja schnell sind wir hier. Das war ich. Mit? Aber ich hätt vielleicht das Nick-Klich nicht da hinschmeißen sollen. Naja, ist egal. Das können wir ja gleich rausholen. Kann doch. Ich versuch's denn nochmal mit dem... Irgendeiner muss noch mal das Kruzifix nehmen. Ja, komm mal jemand mit mit dem Kruzifix. Denn ich versuch's nochmal mit dem F. Hab's. Kruzifix. Das ist Nick-Klich, könnt ihr auch wieder aufheben, ne? Ja, mach mal. Handabdruck. Sehr schön. Dann sind wir schon fertig. Gut, dann gehen wir wieder. Ich hab's noch nicht fotografiert. Ach so, ja, dann mach das. So, jetzt. K0. Das war das erste Mal, dass einer auf mich reagiert hat. Wie gut. Was fehlt denn noch? Nichts mehr jetzt. Ja, Kruzifix fehlt, ne? So, das ja. Gespenst. Ist das Gespenst böse? Na ja, auch das kann ich angreifen, ne? Ja, ja, klar. Oh. Was denn? Ein Gespenst ist einer der gefährlichsten Geister, die sie finden werden. Echt? Ja. Vielleicht sollten wir nochmal reingehen und ihren Namen sagen. Und ein Foto schießen, oder sowas? Ja. Hä? Nee, Kruzifix. Das verstehe ich aber nicht. Also vor allem. Also hier hat Fotokamera. Wollen wir nochmal rein? Ja, ich auch. Ja, giftige Reaktion zu Salz. Also sollten wir vielleicht mal Salz mitnehmen. Ja, kannst du mitnehmen und dann in der Küche verteilen. Ja, oder einfach, äh... Nee, warte, ich hab ne Idee mit dem Salz. Einfach den Eingang zu Küche damit verflasteren. Genau. Du kannst aber nur drei Spuren legen, ne? Geist dich nochmal, Ruf? Ruf, klar, glaub ich. Jo, sag's doch mal, wenn du reinläufst, du geiler. Ruf, klar. War aber nur vier. Ich glaub, das sollte reichen, oder? Ja. Ruf, klar, zeige dich. Ruf, klar, wir sind dein Untergang. Wir bringen dich zurück in die Hölle. Verlasse dieses Haus. Könntest du bitte nicht mit dem Kruzifix wegrennen? Danke. Danke. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Hat irgendjemand das Kruzifix in der Küche aufgehoben? Hm. Da lag ein Kruzifix. Da liegt... Ja, da liegt eins auf dem Boden. Vorne links auf dem Boden. Ich hab's. So. Ah. Ruth Clark, zeig dich, du bitch. Wir wollen nicht sie hier. Drei. Ruf. Ruf Clark, sie ist toll, du herkommst. Ruf Clark, Ruf Clark. Ruf Clark. Ruf Clark. Ruf Clark. Nee. Ja, geht man in die Küche und sagt was. Ruf Clark, the power of Christ compels you. Nee, null. Ruf, 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 äh, Ruf, du bohrst. Ruf? Ruf, Ruf, Ruf is on fire. Ruf, 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 Ruf is on fire. Ruf Clark, is on fire. Hast du dir die Tür zugemacht? Das war ich. Warum? Damit du wirklich nicht aufkommst. Ich bin hasse, ich hasse auch mit mir. Kai, hast du mich gerade erschrocken, ey. Ich hab doch mal die Tür aufgemacht. Ja. Du. Wie Hain, sagt sie. Okay. Hat sie echt gesagt? Ja, wie Hain. Deine Moni. Hinter mir. Nimm mal ein Foto. Willst du mich umbringen? Ich bin der Gehörer. Oh, sie sagt yes. Echt? Okay, sieben, ja. Nicht mehr. Ruf Clark, zeige dich. Okay, siehst du schon mal scharf auf Genie. Genie geht rein. Anke. Du hast das Kruzifix. Nein, das liegt in der Küche. Warte. Wir haben noch zwei oder nicht? Da, auf dem Boden, links von dir. Null. Ruf Clark, zeige dich. Ruf, wir wollen dich sehen. Zeig dich uns. Ruf Clark, ich hab dich lieb. Willst du mich wirklich umbringen? Ruf Clark, Ruf Clark, Ruf Clark, Ruf Clark, Ruf Clark. Oh, Teller runtergefallen. Ich schmeiß Teller. Ich glaub, jetzt ist... Jo, jetzt aber nur eine 2. Jetzt wird sich fischig langsam. Willst du mich mal im Teller umbringen oder mir was zu essen bringen? 4,5. Das Essen wär cool. Ich mag Essen, Ruf. Also das Richtmikro hat gerade eine 4,5 aufgezeichnet. Ruf, ich hab Hunger. Bringst mir was zu essen? Du bist doch die Putzfrau hier vom Dienst, oder? Ich will dich mit Absicht provozieren. Du willst mich umbringen, oder? Ruf Clark, Ruf Clark, Ruf Clark, Ruf Clark. Ruf Clark, Ruf Clark, Ruf Clark, Ruf Clark, Ruf Clark. Ruf Clark, Ruf Clark, Ruf Clark. Ich mein, wir haben die ja auch gebraut bis zum Gehtnichtmehr, ne? Salz, Kruzifixe. Was für eine Bitch. Ruf, ich hasse dich. Ich bin froh, dass du tot bist. Wir sind alle froh, dass du tot bist. Deine Mutter noch fährt seine Hölle. Ruf, du wickst, komm mal ran. Ruf, jetzt kommen wir aber ran hier. Nee, ich bin doch schon fast. Ruf Clark, fuck you. Du hast noch eine Sanity von 13? Fuck you, fuck you very, very much. Noch 9? Ruf, fuck you. Ruf, ich weiß, dass du mich willst. Komm, dann zeig dir nichts. Fuck you. Kannst du eigentlich gar nichts? Oder versteckst du dich auf dem Klo? Ruf, ich bin's wieder mit deiner Freundin. Ruf, wie alt bist du? Ruf, bist du noch hier? Nö. Nuller Ausschlag. Ruf Clark, du hast übrigens noch eine Sanity von 2. Ruf, offensichtlich habe ich Angst vor dir. Angst vor dir, Angst vor dir. Mach doch mal alle Taschenlampen mal was. So Ruf, ohne Licht, komm. Gib's uns hart. 3. Also spielen, spielen. Okay, ich hab die Tür gehört. Dich auch. 10. Ah, sie da ist, sie da ist, sie war hier gerade an der Wand. 10. Okay. Sie ist im Piano-Zimmer. Ja. Ist die Tür auf? Nee. Da ist sie. Ja, ich sehe sie, sie ist gleich noch bei mir. Null. Den hat sie. Ich glaube, Genie. Genie ist down. Okay, aber wir haben sie gesehen. Sie ist ganz schön eklig. Wir haben Genie geoffert. Genie, gucken wir es doch mal, ob sie drauf haben. Ähm, gucken wir mal, ja? Ja. Bähig. Voll erwischt. Ja. Echt? Ja, auf der Treppe. Ich kenne hier aber auch sehr sexy, ne? Oh, ja. Guck mal, ja. Aber Genie hat so ein Kruzifix in der Hand. Leech-Gleech? Ja. Tja, hat dir nicht viel geholfen. Habt ihr die Leiche fotografiert von Genie? Ja, nur die gucken wir auf haben, hier haben wir jetzt Schliebe aufbett. Was sagt das über uns? Habt ihr die Leiche fotografiert vernünftig? Dann kann man Leichen fotografieren? Leichenschämmer betreiben. Nein, aber da gibt es Geld für. Haben wir nach einer Kamera? Also meine es leer. Ja, hat doch gerade... Gut klar, gut klar, gut klar, gut klar, gut klar. Gut klar. So, wir haben alle eingelagt. Gut klar, gut klar. Was denn, wir gehen nochmal weiter. Was? Ja, führen Sie durch die Teppel fotografieren. Na, los, lass uns abrücken, Leute. Jo. Ach, okay. Gleich ja schon, dass die Leiche da am Boden lief. Fitt schön, dass das Geisterfoto bei mir als Schritte tituliert ist. Ach was? Ja. Das war doch sehr erfolgreich. Also, ich hätte gedacht, sie holt mich. So, zum Abschluss nochmal. Ich hab tatsächlich gedacht, sie holt mich. Ich bin enttäuscht von der Folge. Ich bin enttäuscht von der Folge, ich kann lesen. Welcome back. Let's some jobs ready for you. Alter, 120? Ja. Kann man was machen, ne? Lohnswert. Level 13! Level 6. 5. Aber 127 Erfahrungen, das ist eine Menge. Freier Schalter, Bewegungssensoren und Infrarotlicht. Also, das Haus finde ich ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann man richtig gut Geld fahren. Ja, das in jedem Fall. Super. Wir sollten vielleicht irgendwann mal das Asylum machen. Ach, fick das Asylum, Alter. Das ist so riesig, ey. Drei Stunden am Rumrennen, du. Macht aber gute Folgen. Ja, vielleicht. Das kann gut sein. Was macht die Aufnahmezeit? Ja, die Aufnahmezeit sagt 17 Minuten. Und damit ist leider die Folge trotzdem zu Ende. Der Geist ist gefunden. Das waren nur 17 Minuten? Das waren nur 17 Minuten. Das ging ratzfatz. Können wir dann noch eine Folge, in der wir klatschen. Oder noch eine Folge. Ja, wir schauen mal, ne? Aber auf jeden Fall beenden wir jetzt jetzt mal die Folge hier. So, ihr Lieben. Ich danke euch fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder bei, wenn es heißt, Let's Play, Phasmophobia. War recht ruhig die Folge, ne? Wir haben sie noch gesehen. Wir waren ein bisschen übermutig, möchte ich fast sagen. Ja, wir waren immer noch zu viel. Ja, wir waren immer noch zu viel. Und eigentlich ist auch gar nicht so viel Gefährliches passiert. Und daher, ne? Aber, wie gesagt. Das war auch schon mal ganz anders, ne, Herr Müller? Ja, das war auch schon mal anders. Gestein, zum Beispiel? Den quatscht mir schon wieder in die Aufnahme hier. Ganz schlimm. Boah, wie schön. Das Ringlicht meine Finger beleuchten kann. Gut, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Bleibt gesund, ne? Haut ein bisschen was in die Kommentare unten da rein, wenn es euch gefallen hat. Ich finde unsere Truppe ganz witzig. Lasst ein Like da. Lasst gerne auch ein Abo da. Und damit vergebe ich zum Verabschieden an meine Gäste da unten. Bye, bye. Gäste, es sind die Bertholzsons. Diesen Teil des Kanals. Sagen wir es noch, wie es ist. Egal. Reingehauen. Musik Musik